Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Erhalten einer intakten Natur fängt oft schon zu Hause an. Zum Beispiel mit dem Verzicht auf möglichst viele chemische Reinigungs- und Putzmittel. Eine ideale Lösung für fast alle Reinigungsprobleme heisst Satrap EcoClean. Ein System, das mit stufenlos regulierbarem Wasserdampf arbeitet und die Umwelt nicht zusätzlich belastet. Das Dampfreinigungsgerät Satrap EcoClean braucht keine chemische Zusätze und keine Spezialreiniger, sondern ausschliesslich Wasser, das unter Druck auf 130 Grad erhitzt wird. Material und Gegenstände jeglicher Art lassen sich mit Satrap EcoClean und mit seinem reichhaltigen Zubehör in kürzester Zeit und ohne Kraftaufwand reinigen lassen. Wenn Sie möchten, Fettresten auf Böden oder Plättchen entfernen, Verkrustungen aufweichen und den Backofen wieder auf Hochglanz bringen, Polster und Teppich tiefer rein desinfizieren und Farben wie neue Wände anstrahlen, wenn es darum geht, Fenster ohne Schlieren zu putzen oder das Autointerieur aufzufrischen, dann ist das und noch viel mehr mit Satrap EcoClean und dem vielseitigen Zubehör problemlos möglich. Und wenn Sie glauben, dass vielseitige Dampfreinigungsgeräte von Satrap unerschwinglich sind, dann täuschen Sie sich. Wir offerieren es Ihnen zum Einführungspreis von 495 Franken. Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Auch wenn das Putzen mit Satrap EcoClean weniger belastend für die Umwelt und für einen selber ist, sollte man trotzdem ab und zu eine Pause mit einem erfrischenden Fruchtgetränk einlegen. Wir offerieren Ihnen während der nächsten 14 Tage eine ganze Reihe von Fruchtsäfen zum Aktionspreis. Eine gute Gelegenheit also zum Auftanken. Nach jeder Mahlzeit oder jedem Snack bilden sich Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies fördern. Das heisst, der pH-Wert sinkt in Karies verursachenden Bereich ab. Der Spezialkaugummi V6 neutralisiert minutenschnell Säuren, die Karies verursachen. Der pH-Wert steigt wieder in neutralen Bereich an. Es empfiehlt sich also immer dann, wenn er keine Zahnbürste zur Hand ist. Nach jedem Essen werden Ihre Zähne von Säuren angegriffen. V6 mit aktivem Wirkstoff neutralisiert minutenschnell die Säuren, die Karies verursachen. Wenn Sie Ihre Zahnbürste nicht bei der Hand haben, kauen Sie V6. Den Spezialkaugummi V6 kommen Sie jetzt neu im Coop beim Zahnpflegsortiment rüber. Eine weitere Neuheit kommt von Dixan und die ist, mit einem Wort gesagt, mega stark. Das ist das Ende aller Flecken. Dixan bringt die Mega-Pearls. Die neue Form des Waschens. In diesen Mega-Pearls steckt bis zu 40% mehr Waschenergie als in bisherigen Kompaktpulver. Wirklich unglaublich stark. Das genügt so wenig. Einfach auch bei der Maschine. Schluss mit Fettflecken. Schluss mit jeder Art von Flecken. Die Dixan Mega-Pearls. Und alles wird mega, mega, mega sauber. Einfach genial. Dixan Mega-Pearls. Mega stark, mega sauber. Gut, aber möglichst günstig einkaufen. Sicher nach wie vor ein Ziel, das wir alle anstreben. Und darum, gerade anschließend noch ein Hinweis auf ein paar besonders lohnende Angebote. Ein 950 Gramm bunt grüne Spargeln aus den USA kostet bei Coop nur 6,50. Ein Kilo Arne Nussstängerchen gibt es für nur 6,50. 500 Gramm Coop Kaffee Jubilor Vakuum verpackt kommen Sie über für nur 4 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen Poloshirts für Erwachsene für ganze 12 Franken. Wie bereits erwähnt, alle Coop-Orangen- und Kräbfrühsäfte in der 1 Liter Packung sind jetzt 30 Franken günstiger. Und im Coop-Restaurant steht ein Schwindschnitzel mit Nudeln und Brokkoli für nur 8,80 auf der Karte. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Einkaufen bei Coop bietet immer wieder Neues und lohnt sich aus verschiedensten Gründen. Ebenso vielseitig, abwechslungsreich und spannend ist aber auch das Verkaufen bei Coop. Junge Leute, die in den modernen Beruf mit Zukunft einsteigen möchten, bieten Coop eine solide Ausbildung mit ausgezeichneten Aufstiegschancen, grosser sozialer Sicherheit und einem guten Arbeitsklima. Mehr über die 2- oder 3-jährige Verkaufslehr bei Coop erfahren Sie unter anderem aus dem Poster, das jetzt in allen Coop-Läden aufliegt. Neben viel Informationen gibt es dort dann auch gerade noch ein paar knifflige Fragen zu beantworten. Und wer das richtig macht und dabei noch ein bisschen Glück hat, der kann dann einen von den vielen tollen Preisen gewinnen, zum Beispiel eine Reise nach Kanada. Interessiert? Dann gibt es nur eine Reise, ab in den nächsten Coop und das am besten schon morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.